ja hallo leute super dass ihr nochmal eingeschaltet hat zur orga tv heute mit super spannenden vier beiträgen ansonsten war heute was besonderes ja heute ist ist was du willst tag ist was du willst tag genau also für die die so ein bisschen fitness vernatzt sind die sagen dazu ja wirklich die seit zwei monaten sport macht ist dann heute schieten was du willst genau hast du heute schon gegessen was du willst also ich mache das noch ich bestelle mir glaube ich später mal eine pizza und du ich war heute in der mensa im mensa kaffee habe mir eine waffel gegönnt mit schön viel puderzucker und die schmeckt so mega immer montags und mittwochs im mensa kaffee waffeln und donnerstags gibt's crepe und kauft euch dazu am besten noch ein kinderregel macht das drauf und dann gibt's crepe mit kinderregeln sehr gerne schmeckt super gut ja jetzt bin ich aber neidisch ja war super apropos mensa wir haben euch ja noch einen zweiten teil versprochen und zwar wie uns das essen sein geschmeckt hat und wie es dann noch weiter geht das seht ihr in dem beitrag jetzt die vorbereitungen sind abgeschlossen und unser schupfnudelgericht ist fertig nun heißt es auf die studierenden mitarbeiter und gäste zu warten in der zwischenzeit stellt sich hier adams vor und erzählt uns einige besonderheiten über das mensagebäude ja mein name ist patrick adams ich bin hier der leiter der hochschul gastronomie und verantwortlich für das gebäude für das personal für das essen und ansprechpartner für alle belangen für die studierenden und unsere gäste bin jetzt seit einem jahr hier im studentenwerk im saarland tätig habe eine küchenmeister ausbildung und mich fortgebildet in der betriebswirtschaft und als controller ist eine super herausforderung jeden tag für euch natürlich hier ein leckeres und gesundes essen eben anbieten zu dürfen viele wissen das nicht das gebäude sind in den 66er jahren gebaut worden und steht unter denkmalschutz schon also sein relativ junges gebäude trotzdem schon den denkmal schutz eben angetan es hat der architekt walter schrömpf konzipiert und gebaut und diese architektonischen highlights oder kunstwerke hat ein bildhauer namens hayek eben entworfen und als gesamtkunstwerk hier für diesen funktionsbau eben kredenzt okay das heißt hier darf absolut nichts geändert werden ist für uns auch nicht immer alles gut diese denkmal schutz wir sind halt gegeben an die räumlichkeiten wir dürfen hier die farben sind festgelegt also diese vier farben die man hier sieht oder fünf sind die sind genau von der rahlfarbe festgelegt die selbst die struktur der tische und stühle ist festgelegt genau diese edelstaatische sollen halt eben das schwere erbe eines studierenden eben widerspiegeln mit dieser beton decke die soll sich als ganzes ja eben spiegeln und es gibt viele leute den gefällt super andere sagen ist hat weniger interessant ich denke aber da muss sich jeder selbst das bild machen nur es wird in architektonischen zeitschriften und newslettern wird dieses gebäude oft erwähnt und ist schon ein highlight vor allen dingen auch fürs saarland ja und wie viele studenten finden hier platz wie viel passen wir aktuell haben wir 1200 sitzplätze heißt dass wir mittags bis drei bis vier mal die plätze belegen müssen für alle eben durchzubekommen eine weitere besonderheit für dieses gebäude ist dass es als miniatur im museum of art in new york eben abgebildet ist und das ist schon ein highlight wenn ein gebäude dort eben steht auch wenn es nur eine miniatur ist punkt halb zwölf kommen die ersten gäste und für uns heißt es wir dürfen unsere schüpfnudeln probieren von jedem essen werden zwei proben genommen die eingefroren werden eine für die mensa und eine für das gesundheitsamt was passiert aber nun mit dem dreckigen geschirr die mitarbeiterin leisten die vorarbeit indem sie große essensreste entfernen und das besteck leicht zugänglich zusammentun welchen zweck dies hat sehen wir später das tablett mit dem geschirr läuft auf diesem band hinter die wand hinter der wand befindet sich eine überdimensional große spülmaschine nachdem das tablette in die maschine gefahren wurde wird das besteck von einem großen magneten angezogen und zur reinigung weitergebracht das tablett wird umgekippt die essensreste entsorgt und das geschirr aufgeteilt die tabletts teller und schüsselchen durchlaufen jeweils eine eigene waschstraße und kommen dann frisch gewaschen raus aufgelistet Aber was passiert nun mit den übrig gebliebenen Essensresten? Hier drin sammeln wir die ganzen Essensresten. Alles was zurückkommt, wo die Ständen zurückbringt, kommt automatisch mit Unterdruck hier runter. In diesem großen Quirl wird das gedreht, immer in Bewegung gehalten, damit sie es absetzen. Das wird ja nachher fest, da kann man es ja noch mit rausgesaugt, da kommt ein LKW und man saugt das raus. Durch diese Silber, durch die Rohre, die hier sind, da oben, da kommt das Essen zurück. So, wie im Video gesehen ist heute der Herr Adams bei uns zu Besuch. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Gerne, gerne. Und sich unseren Fragen stellen. Gerne. Würde ich sagen, legen wir direkt mal los, weil im Mensabeitrag war ja schon ziemlich viel Informatives auch. Man hat viel erfahren, wie es hinter den Kulissen aussieht. Aber jetzt wollen wir natürlich auch ein paar Zahlen und Fakten wissen. Und dann legen wir mal los. Wie viele Gerichte bietet denn die Mensa an? Ja, wir bieten jetzt im Semester 10 Gerichte mittags an, vom begehrten Tellergericht über unsere Menülinie bis hin zur Free-Flow-Anlage. Dort bieten wir veganes Essen, vegetarisches Essen, ein Fischgericht, Mensa Vital an und unsere Aktionstheke. Also ich denke, es müsste für jeden was dabei sein. Große Auswahl, das stimmt. Genau. Ebenso haben wir auch noch unser Dessert-Buffet und unser Salat-Buffet, wo man sich auch nochmal bedienen kann. Ja, und was kostet so ein Gericht im Durchschnitt? Ja, das Tellergericht fängt bei 1,75 an, geht über die Menülinie mit 2,85 Euro und hin in den Free-Flow-Bereich, wo tagesaktuelle Preise eben genommen werden. Aber für Studierende kostet kein Essen über 5 Euro. Also selbst wenn wir in der Saison Spargelessen haben, das liegt dann knapp bei 5 Euro. Ja, super. Nee, das ist sehr toll für Studenten. Und wer macht die Rezepte für die Gerichte? Ja, im Endeffekt die ganze Küchenkuh, ob es die Küchenhilfe ist oder die Köche mit dem Küchenleiter und mir zusammen. Wir haben aber einmal auch in der Woche diesen CIS-Tag, wo Studierende halt ein internationales Gericht uns reingeben und wir dann an einem festen Tag eben dieses Gericht nachkochen. So gut wie es uns als möglich ist, es ist manchmal auch spaßig. Gleichzeitig sind wir auch froh, wenn wir mal Rezepturen reinbekommen, aber einfach mal in die Küche gehen und dann dort beim Küchenleiter oder bei den Köchern eine Rezeptur abgeben. Und wenn wir Glück haben, es ist technisch machbar, bringen wir die gerne auch mit ein. Ja, also für alle Studenten, die sagen, in der Mensa ist nie irgendwie was für mich dabei oder so, die können dann auch mal sagen, hey, das würde ich mir wünschen, das Rezept kann man dann abgeben und wenn es gut ist, wenn es machbar ist, wird es dann umgesetzt. Genau, gerne. Ja, super. Und wie viele Mitarbeiter sind dort bei Ihnen beschäftigt? Ja, das fängt an, die Küchenleitung der Hype, der immer auch vor Ort ist und dann weiter haben wir sechs Köche als Fachkräfte und im Semester 65 Küchenhilfen in voll und Teilzeit. Im Hintergrund sind einmal noch die Lageristen, die Haustechnik und die Verwaltung eben zu sehen. Wir haben dort auch noch mal zehn Leute eben, die zum Wohle aller da sind. Also schon eine große Mannschaft, die dahinter steht für unser Wohl zu so. Aber gut, wenn man für 3000 Studenten kocht, da braucht man halt auch ein großes Team. Genau, jetzt aktuell sind wir so bei dreieinhalbtausend im Semester, Kapazität wäre nach oben noch da, also Platz ist, ihr könnt immer noch mal kommen. Ja, schön. Und die Produkte, also wie viele Kilogramm werden da in der Mensa so verbraucht? Wie viel geht da über die Theke? Ja, wir haben mal so eine Auflistung gemacht, was wir 2015 eben so verbraucht haben, so ein paar Schlagprodukte. Zum Beispiel Bio-Teigwaren, also sämtliche Nudelwaren, 15.000 Kilo. Dann nutzen wir ausschließlich Fairtrade-Reis, also fair gehandelter Reis. Da haben wir 12.000 Kilo im Jahr, wir haben so um die 30.000 Schnitzel, was natürlich immer der Schlager ist, die dürfen wir auch nicht wegnehmen. Das sind bei Produktionen halt eben bis zu 800 Stück am Tag, wo wir dann Schnitzel können machen. Das ist jede Menge. Genau. Und ich höre da jetzt raus, viel Bio, also die Mensa macht ja viel frisch auch. Das haben wir ja beim Dreh auch gesehen, also da wird keine Dose benutzt oder sonst irgendwie ist es alles frisch, ne? Ja, wir versuchen, soweit es wirtschaftlich auch möglich ist, eben frische Produkte einzusetzen. Das klappt nicht zu 100 Prozent, das wäre gelogen. Aber wir verwenden fast ausschließlich MSC-zertifizierten Fisch, Bio-Reis, beziehungsweise Fairtrade-Reis, Bio-Nudeln. Wir dürfen es halt eben nicht bewerben, weil wir nicht zertifiziert sind. Diese Zertifikation würde sehr viel kosten und wir haben eben die räumliche Möglichkeit, nicht dies zu tun, aber trotzdem verwenden wir es eben. Und die Fleischprodukte kommen fast ausschließlich von regionalen Zulieferern hier aus dem Saarbrücker Raum, genauso Obst und Gemüse. Klar, im Winter gehen wir auf TK-Ware teilweise über, weil wir dann keine frische bekommen, aber TK heißt ja auch nicht unfrisch. Genau, ja und wie gesagt, so lange die anderen Produkte, das haben wir ja gesehen, alles super. Selbst Kartoffelpüree machen wir fast ausschließlich selber, da kommt manchmal so der Wink, oh da sind ja Stückchen drin, das sind bei uns halt Kartoffeln, weil die reingehören. Ja, aber besser so wie aus einem Päckchen Kartoffelpüree, das hat ja dann so nochmal einen eigenen Charme, so eine Würze schmeckt ja viel besser als dieses künstliche aus dem Päckchen. Also ich finde es super, dass ihr das selber macht. Und jetzt zu den Gerichten, was für Aktionen bietet die Mensa da an? Gibt es da irgendwie spezielle Menüs? Ja, eine Aktionstheke im Free-Flow-Bereich, da bringen wir halt immer wöchentlichen Wechsel, die Hamburger Kartoffel-Buffet, Pasta-Buffet. Des Weiteren bieten wir einmal im Monat eine Themenwoche an, aktuell die Bali-Woche, die wird auch sehr gut besucht. Für die EM haben wir natürlich auch was geplant, wir werden da jeden Tag eine Mannschaft, die teilnehmend, ein Essen aus diesem Land zubereiten. Und ganz speziell nächste Woche vom 17. bis zum 20. Mai kommt Campus Cooking zu uns. Und dort wird der Stefan Wirz, ein Fernsehkoch, mit einem Foodtruck kommen und vor der Mensa tagtäglich ein frisches Gericht eben unseren Gästen anbieten. Es ist eine Promotion-Tour eben, es wird kostengünstige Getränke geben, es werden selbstgemachte Limonaden angeboten und eben Streetfood aus dem Foodtruck. Da lade ich recht herzlich alle ein, kommt vorbei, nutzt die Chance auch mal von so einem Herrn eben bekocht zu werden. Ja, und wie viel Uhr ist das? Wann kann man sich dort Essen holen? Ja, das läuft die ganze Mittagszeit ganz normal von 11.30 Uhr eben bis 14.30 Uhr. Super, schön. Da freuen wir uns natürlich riesig drauf auf den Foodtruck. Da werden wir am Dienstag auch hingehen und was dazu filmen und versuchen, dort auch ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken und wie das Ganze aussieht mit dem Foodtruck. Wir freuen uns mega drauf, das wird ein spannender Beitrag. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich, Herr Adams, dass Sie gekommen sind. Und wir hatten viel Spaß mit Ihnen in der Mensa. Vielen Dank, dass Sie uns haben drehen lassen und dass wir Sie begleiten durften. Immer wieder gerne. Schön. Und wir haben natürlich auch Studenten gefragt, geht ihr in die Mensa und wie findet ihr die Mensa? Und den Beitrag, den seht ihr jetzt. Gehst du in die Mensa? Gutes Essen. Ich bin sehr zufrieden. Ne, eigentlich nicht. Und warum nicht? Ich wohne relativ nah und von der Zeit her bin ich nie so lange an der Uni, dass ich quasi zwischendrin in die Mensa gehen würde. Für zwei Stunden oder so lohnt sich das dann, da fahre ich besser heim. Ja. Und wie schmeckt es dir in der Mensa? Ich glaube, es ist ganz okay, wenn man alleine wohnt, hat man eh nicht so hohe Ansprüche und dann ist es ganz gut. Ja. Und wie schmeckt es dir in der Mensa? Teils, teils. Manchmal ist es gut, manchmal nicht so gut. Aber wenn es etwas Gutes gibt, gehe ich gerne hin. Okay. Und was denkst du, könnte die Mensa dann besser machen? Ein vielseitigeres Angebot. Ich denke, ein bisschen mehr vegan oder mehr Fleischgerichte. Das haben die Studenten dazu gesagt. Und du? Gehst du in die Mensa? Ich gehe tatsächlich nicht so oft in die Mensa. Das liegt aber einfach daran, weil ich immer Vorlesungen zu der Zeit habe oder eben gerade mir dann keine Vorlesungen habe und dann eben noch nicht da bin oder schon wieder weg bin. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ich war ein, zwei Mal, da hat es mir immer super geschmeckt. Vor allem der Kaiserschmarrn schmeckt mich. Und du? Wie gehst du auf? Ich gehe regelmäßig. Also ich bin ein riesen Fan von der Mensa. Ich finde es super lecker dort. Das Personal ist sehr freundlich. Apropos Personal. Da war doch letzte Woche was. Du hast uns einen Beitrag über DHC versprochen. Richtig, genau. Also wir hatten ja gesagt, wir untersuchen für euch Unternehmen und gucken, was sie für Studenten anbieten. Und da waren wir letzte Woche für euch in der Stadt bei dem Consulting-Unternehmen DHC unterwegs und haben dort mit dem Personalchef Stefan Müller ein Interview geführt. Und den Beitrag dazu, den zeigen wir euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. DHC ist ein IT-Beratungshaus mit Sitz in Saarbrücken. Seit 1996 beraten sie in den Themenbereichen SAP-Lösung und Software-Validierung. Wir waren für euch vor Ort und haben mit Personalreferent Stefan Müller gesprochen. Köln, wie ist das, wenn jetzt meine Bewerbung bei Ihnen eingeht? Durch wie viele Hände wandert sie denn, bis Sie dann beim Richtigen ankommen? Also alle Bewerbungen gehen bei mir ein. Ich bespreche die einmal wöchentlich mit der Geschäftsführung. Wenn der Bewerber unser Interesse weckt, laden wir ihn zum ersten Vorstellungsgespräch ein. Das wird dann durch den Geschäftsführer und mich stattfinden. Sollte der Bewerber dann seinen guten Eindruck stärken, wird dann natürlich zum zweiten Gespräch eingeladen, wo dann der zukünftige Teamleiter mit mir gemeinsam dann dieses Gespräch nochmal durchführt. Und dann entscheiden wir zu dritt oder viert, je nachdem nochmal, ob der Bewerber denn für uns in Frage kommt. So sehen bei uns in der Regel die Büros aus. Wir haben halt keine, für die meisten Berater keine festen Arbeitsplätze, sondern so geteilte Arbeitsplätze. Und die, die dann vor Ort sind, können sich dann einen freien Arbeitsplatz suchen. Die sind alle ausgestattet mit Dockingstation, Monitor, was man zum Arbeiten halt braucht. Und wie lange dauert es, bis der Bewerber ein erstes Feedback bekommt? Die Eingangsbestätigung bekommt er relativ direkt. Wir versuchen innerhalb einer Woche, jedem Bewerber dann auch ein Feedback zu geben. Unsere maximale Frist, sage ich mal, ist zwei Wochen. Da hört jeder Bewerber was von uns. Wie ist das mit Initiativbewerbungen bei Ihnen? Initiativbewerbungen sind gerne willkommen, jederzeit. Wir schauen uns viele Bewerber dann an und gucken, wie die bei uns reinpassen, auf welche Stelle die passen. Und was für Angebote haben Sie denn jetzt für Studierende oder Studienabsolvene? Studierende haben bei uns alle Möglichkeiten offen. Von der Werkstudententätigkeit bis hin zu Praktikas oder der gemeinsamen Abschlussarbeit im Bachelor und Master bieten wir für Studierende alles an. Absolventen können bei uns direkt einsteigen, entweder in der IT-Beratung oder in der Softwareentwicklung. Okay, und was sind denn jetzt die wichtigsten Punkte, die in so einem Lebenslauf haben muss, wie eine Bewerbung aussehen muss, inhaltlich? Inhaltlich ist es wichtig, dass die Bewerbung uns ein Bild vermittelt von dem Bewerber. Welche Persönlichkeit ist das? Weil das das ausschlaggebende Kriterium für uns ist, ob der jeweilige Bewerber an unser Team passt. Das ist noch vorrangig vor den fachlichen Qualifikationen. Und wichtig für uns ist auch nochmal zu wissen, was steckt hinter der Motivation des Bewerbers. Also warum will er genau in den Beruf rein und warum will er das bei uns machen? Also wenn man sich jetzt bei Ihnen bewirbt, dann sollte man doch so ein bisschen mehr an Richtung Motivation schreiben, wie so eine klassische Bewerbung. Ich studiere und ich möchte das gerne machen und ich bin teamfähig. Ich bin die Personalabteilung, ich verantworte quasi den gesamten Bereich Deutschland, also alle Unternehmen, die zu Deutschland gehören, werde aber dadurch unser Sekretariat relativ gut unterstützt. Also wir sind jederzeit froh über Bewerbung. Arbeit muss schmecken ist unser Leitsatz, der steht nicht nur irgendwo drauf, den nehmen wir tatsächlich vor. Und wir freuen uns über jeden, der gerne mit uns zusammenarbeiten möchte. Da sollen die Mitarbeiter sich wohlfühlen, deswegen haben wir den geschaffen, dass da wirklich die Mitarbeiter sich auch mal austauschen können, völlig informell und mit ein bisschen Farbe. Weil immer nur weiß ist ja auch noch mal nicht. Und der wird auch gut genutzt? Ja, schon. Eigentlich in jeder Mittagspause treffen sich die Mitarbeiter, die dann vor Ort sind, trinken auch einen Kaffee zusammen. Ab und zu verlegt man eine Besprechung hier rein, weil es einfach gemütlicher ist. Ja, also das war ziemlich cool dort. Was man leider nicht auf dem Video gesehen hat, war, dass die Sarah aus unserem Team, die hat die Kamera gehalten und wir waren auf dem Landwehrplatz Film. Und da war so eine Gruppe kleiner Kids, die haben Fußball gespielt und die ist voll abgeschossen worden. Nein! In den Rücken, voller Kanne. Hat sie sich wehgetan? Ich glaube nicht. Aber es war natürlich ein bisschen lustig. Ja, glaube ich. Als Außenstehender ist es immer lustig. Ja, also aber auf jeden Fall, die sind alle wirklich super sympathisch dort, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Schickt einfach eine Bewerbung hin. Das ist eine sehr lockere Atmosphäre, hat man ja auch hoffentlich gerade in dem Beitrag gesehen. Und also zu uns waren die auch wirklich alle sehr, sehr nett. Also bewerbt euch, kann ich nur empfehlen. Hast du ein bisschen Durst? Ja, ein bisschen. Hier ist es leicht warm und ich habe gerade echt mega Durst. Aber es ist warm und warm schmeckt es halt nicht so gut. Aber es gibt doch voll den guten Trick, wenn man das ganz schnell kalt bekommt. Echt? Und wie geht das? Tja, naja, also da haben wir auch ein Video für euch gedreht, ein Lifehack, wo ihr das seht und auch noch einige weitere nützliche Tricks. Und den Beitrag seht ihr jetzt. Hallo alle Tiffer-Zuschauer. Willkommen zu unserer Lifehack-Teilung. Unser Team und ich haben uns überlegt, wie wir euch in diesem Semester weiterhelfen können. Dabei haben wir uns gedacht, wir zeigen euch auf, wie man aus alltäglichen Dingen, wie zum Beispiel eine fertigen Tiff-Toilettenrolle oder einen leeren Schuhkarton oder auch aus einem Messbecher nützliche Dinge machen kann. Und bevor ich hier großartig weiterrede, fangen wir am besten mit der ersten Sache an. Als erstes wollte ich euch zeigen, wie man eine Dose schnell kalt kriegt. Dazu braucht ihr nur eine Serviette, Getränke eurer Wahl und ein bisschen Wasser. Dabei nehmt ihr die Serviette, tummt sie ins Wasser, faltet sie am besten, dass es nicht so groß ist, legt sie um die Dose rum und ab in die Gefriertung. Jetzt könnt ihr euer eiskaltes Creme genießen. Schubladen-Hack Wer kennt das Problem nicht? Man will einen Pulli oder ein T-Shirt von unten rausziehen und schon ist alles verunstaltet. Hier zeige ich euch, wie ihr eure T-Shirts und Pullis am besten faltet und einsortiert. Wichtig ist dabei, dass ihr die Pullis und T-Shirts vertikal und nicht horizontal einsortiert. Für unseren nächsten Lifehack braucht ihr nur einen Schuhkarton, eine fertige Toilettenrolle und ein Stück Karton. Das ganze dann nach eurem Wünschen sortieren. Wenn ihr mit dem Sortieren fertig seid, könnt ihr eure Stifte ein weiteres einräumen. So, das war's schon fast für heute, aber bevor ich mich endgültig verabschiede, habe ich noch einen ganz kleinen Lifehack für alle Schlafmützen unter euch. Und zwar für alle, die ihren Wecker nicht hören. Dazu braucht ihr nur euer Handy, einen kleinen Becher oder ein Glas, wo euer Handy reinpasst. Einfach nur reinstecken und es wirkt wie ein Lautsprecher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao! So, wir hoffen, ihr konntet mit den Lifehacks was anfangen und es waren nützliche Tricks dabei. Jetzt habe ich noch was und zwar die spanische Theatergruppe Los Mutantes führt das Theaterstück Meas Pensado auf. Auf Deutsch hast du an mich gedacht. In dem Theaterstück geht es um schwierige Entscheidungen, verlorene Wetten. Verblassten Ruhm und die Kunst, einfach mal zufrieden zu sein. Premieres Stück, es ist morgen um 19 Uhr im Schlosskeller, am 19.20. und 21. um 19 Uhr im Theatersaal an der Mensa und am 26. Mal beim Graffiti-Theaterfestival in Metz. Also, das ist ein spanisches Theaterstück, aber mit deutschem Untertitel. Also, wer daran Interesse hat, kann gerne hingehen. Ich glaube, die Theatergruppe würde sich sehr über Gäste freuen. Das klingt ja auch sehr schön. Ja. Mal was anderes. Das war es schon wieder für heute. Ja, leider. Schon wieder vorbei. Aber wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Nächste Woche haben wir auch wieder ziemlich viele coole Beiträge für euch. Unter anderem waren wir bei Shea, die hier auch am Campus sitzen. Wie einige vielleicht wissen, das ist der riesen rote Bau, der eigentlich nicht zu übersehen ist. Ja. Und dann haben wir auch wieder ein paar Lifehacks für euch. Also, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Und wir wünschen euch dann auf jeden Fall eine schöne Woche. Und hoffentlich schaltet ihr auch nächste Woche wieder ein. Und außerdem, das ist natürlich wichtig, von der Mensa wünschen wir uns... ...mehr, ja, vegan oder, ja, mehr Fleischgerichte. Und dann, das ist natürlich wichtig, von der Mensa wünschen wir uns...